Teil 11! Seid ihr bereit, Kinder? Vertigo. Hatten wir Vertigo schon mal? Im Experiment? Ne, ne? Weiß ich, die ganzen... Wer hat bitte schon Vertigo im Map-Hool drin und nimmt dann aber nicht an, wenn's so weit ist? Fückel. Alles Fückel. Vertigo again. Bitte, 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 bitte. Ich weiß gleich irgendwas kaputt. Verarscht mich, Konterstück, irgendwie. Das muss doch ein Fehler sein, oder? Dass es auch ständig Vertigo ist und dass immer irgendwelche ganz besonderen Hirn-Akrobaten nicht annehmen. Natürlich wird Inferno voll. Ja, Geistesherronen hab ich hier. Weißt du, das sind wahrscheinlich genau die gleichen Dödel, die die letzten paar Male immer gedacht haben. Ne, ne, also Vertigo. Da gibt's keine Glocken. Das ist übrigens das Knife aus dem Livestream. Das gibt's dort. Randkommen. Gestreamt wird jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr. Jeden Freitag ab 22 Uhr. Toll, wir werden sogar voll. Gut, ich schreib mal GLHF, einfach um meine Chancen zu verbessern. Helotin. Okay. Wir haben einen Sprechenden, das ist ja schon mal toll. Denkt dran, dass im letzten Spiel L.E.s und L.E.Ms dabei waren. Und jetzt überlegt mal, was hier wohl gerade rumläuft an Ranks und wie wenig oder wie viel sie callen. Ist das der Krusty Krab, Boy? Wie kommt denn er jetzt auf A? Oh Gott, das wird so ein Lose. Okay, ich versuch mal bitte, die Runde zu retten hier mit diversen Ansagen. Should we go B? Together? Okay. Er sagt schon mal yes, das ist an sich keine schlechte Antwort. Und wir nehmen sogar Mitte hoch. Es baut sich langsam aber sicher eine Winner-Taktik auf. Gut, das ging, glaube ich, in die Hose. Wo ist das restliche Team? Mitte. Oh Gott. Oh Gott, als er meinen Bots zuschauen würde. Hä? Hab ich echte Spiele? Auch der untere so. Bitte, Leute. Hört mal auf jetzt. Let's try A this round. Ja, okay, also ich, ich, äh, das wird auf keinen Fall LE oder LEM sein. Ich glaub einfach fester dran, dass es nicht möglich ist. Ich hab lange genug auf LE gespielt und auf LEM. Da wurde immerhin ab und an mal was gesagt. One long. Nice, I gotta plan for short. It's A purple. Can you, can you cover us? Wie gesagt, ich sag einfach alles mögliche an, was ich so sehe. Und vielleicht können wir dann zumindest ein paar unten holen. Aber so alles in allem wirkt das halt echt wie ein fetter, fetter Lose. Wenn überhaupt niemand so richtig was macht und es irgendwie reines Glück ist, ob wir halt irgendwo durchkommen oder nicht. I can drop. Ah, wisst ihr was, soll ich direkt auf der WP gehen? Ja, das mach ich jetzt. Kommt ihr bitte auch da? Sehr gut. LE oder LEM? Sehr gute Idee, den einzigen runter zu pimmeln, der was macht. Immerhin hab ich jemanden, der Faceit kennt. Das ist ja schon mal ebbs. Was macht ihr denn, ihr Dillis? Later. Ah ja, aber schon, wie es ist, hopp. Report, 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 schreibt der eine. Mhm, okay. Ich hab keinen Plan, wie wir das schaffen, gerade überhaupt irgendwie einen Grip zu bekommen. Keiner sagt irgendwas. Man läuft einfach durchs Deathmatch. Es ist reines Glück, dass die Gegner scheinbar schlechter sind als wir. Und also nicht nur hinsichtlich der Aim-Geschichte, sondern tatsächlich einfach insgesamt schlechter. Die stellen sich nicht schön auf, rennen irgendwo rum und machen den gleichen Dreck wie wir. Okay, wow. Also Counter-Strike überrascht mich jedes Mal. Immer wieder aufs Neue. Wenn wir bei uns in den Streams, in den Viewer-Games, wenn wir da gemeinsam zocken und da nicht im Team spielen, kriegen wir die Lütze voll. Das passiert auf den Low-Games im Gold-Niveau und genauso bei den High-Games im LE-LEM Supreme-Global-Bereich. Wenn wir da nicht schwätzen, tot. Verloren, direkt. Einfach verloren. Jetzt rennen wir hier einfach durch. Und wir müssten ja eigentlich, wie vorhin erwähnt, ungefähr auf LE oder LEM oder sonst was sein. Und wir rennen hier einfach durch. Ich meine, natürlich, ab und an stirbt mal einer von uns, aber das ist Deathmatch hier. Okay, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich dachte, wir verlieren hier Haus hoch. Ich habe hier scheinbar wieder das Glück des Jahrtausends gehabt. Wir gucken mal kurz hier in den Scoreboard rein. Also Earl, kill a lot. Hat jetzt hier schon 13. Ich konnte ihm noch nicht über die Schulter schauen. Bei den Gegnern kann man auch null spüren. Wir gucken uns ihn gleich mal an. Ich rush jetzt erstmal ein paar Runden nur durch und versuche praktisch... Oh, einer ist geplatzt. Earl, ist ausgetimt, geil, Mann. Ah, da ist er wieder. Dann versuche ich jetzt rein zu rushen irgendwo. Ah, jetzt habe ich eine Arca geholt. Naja, ich rush jetzt einfach in Apartments rein und sterbe dabei. Und dann schaue ich ihm über die Schulter. Weil er ist der einzig Auffällige. Der Rest ist, also wirklich, absolut Standard. Der eine ist schon durch, der Earl. Auf Long ist er... Okay, er ist eben auf Long gestorben. Also muss ich theoretisch nicht sofort sterben. Auf Long ist noch was. Da gehe ich mal direkt hin. Later. Oh, der Letzte ist Mitte. Ich habe ihn gesteppen gehört. Hello, Mitty, Vanilli? Hä? Ach, ich höre ihn doch. Und dann noch so ein frecher Shot von der Seite. Shit. Shit. Ich glaube, die geben gleich auf, ne? Okay, er regt sich jetzt gerade hier über das Spiel auf. Also, dass es bei ihm abgestürzt ist und so. Was natürlich nach 10 Jahren nicht sein darf. Ah, danke für die Teamflash-Jungs. Ich bin Ultra-Ward. Ah. Tür an B. Shit, shit, shit. Er sagt was! War das eben der Highland? Jetzt können wir mal Mr. Killer-Lot zugucken. Beide waren angesagt. Spray-Transfer. Ich frage mich vielmehr, warum der zweite CT ihn nicht gekillt hat. Er hat ja lang genug Zeit gehabt, ihn zu killen, ne? Oh mein Gott. Wisst ihr, ich habe jetzt halt gerade so ein bisschen das ekelhafte Feeling, dass wenn ich jetzt noch eins hinterher kloppe... Das ging jetzt aber flott. ...hinterher kloppe, dass es wieder ein Scheißspiel wird. Glaubt ihr das nicht auch? Auf der anderen Seite fehlt nur noch ein Win. Ah, komm, schnell. Schnell. Ich habe nicht mehr viel Zeit bis zum Livestream, deswegen ist es gerade ein bisschen blöd. In 50 Minuten fängt der Livestream an. Ich muss das Video zwar erst für morgen fertig haben, aber, ähm, ja, gleich, also gleich ist 18 Uhr. Und jetzt schalte ich hier das nächste wegen dieser blöden Aufgeberei. Also, es war clean. Ich habe bei dem Early zugeguckt, ich habe bei jedem mal reingeguckt. Ich meine, die haben ja eh keine... Die Gegner haben ja nichts gemacht. Die haben überhaupt nicht reagiert. Ihr habt ja gesehen, was das für ein Trauerspiel war. Also, das kann nicht L.E. oder L.M. gewesen sein. Das war maximal Gold. Aber selbst auf Gold bekommen wir manchmal den Arsch versohlt in den Low Games. Da spielen die Leute tausendmal brainbehafteter als das eben. Okay, gut, das geht nicht. Also, ich habe jetzt sonst keine Zeit mehr, das fertig zu machen. Wir machen folgendes. Cheater-Experiment Extended. Weil auch manch einer geschrieben hat, dass es selbst im Deathmatch, so ist das, mitunter mal fett reingehackt wird. Guck mal mal rein. Aber ob, dafür muss ich jetzt nicht lange suchen, bitte, oder? Nein, also. Ach, die haben erst angefangen. Nice. Ich spiele mit Random Weapons. Und guck mal, ob da einer hackt oder nicht. Jetzt zähle ich halt gern mal einen Gegner sehe. Ah, ja. Du, Elise. Ah, so. Er ist weg. Es lag ein bisschen. Rechts neben mir steht einer. Das muss ein Bot sein. Der steht einfach da und steht... Oh Gott, wie das laggt? Wow. Was... Gegen wen spiele ich hier? Sind das echte Menschen? Was macht das? Er läuft einfach... Er läuft einfach gerade aus, dass er mag das. Also irgendwie sind die Pings wirklich nicht sauber. Also jetzt nicht auf Cheats bezogen, sondern die sind einfach scheiße, die Pings hier. Kein Wunder, dass das so rumkackt. Und die Leute sich irgendwie teleportieren, fortbewegen. Gamer Girl. Hier ist ein Gamer Girl. Und alle Kerle... Oh. Hey, hey, girl. I wanna be a Steam friend. Das ist... Ey, 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 ey. Das ist immer so richtig dacky, dacky. Also die Sache mit den Pings ist irgendwie gar nicht so... Stopp. Gar nicht so schön. Ach, nö. Ich hätte mir doch gerade... Der Heroiner gepäffert. Kriege ich eigentlich mehr Punkte, wenn ich mit dödeligeren Waffen Kills mache? Ja, ne, oder? Wenn jetzt jemand mit ABP rumspielt, dann kriegt er nicht so viele Punkte, als wenn man jetzt Kills mit... Mit dem Nass macht, oder? Ich spiele so selten... Ach, komm. AFK-Leute immer stehen lassen. Das ist einfach... Ihrenlos, AFK-Leute anzupimmen. Oh Gott. Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob es an deren Pings, äh, liegt. Irgendwas ist hier ganz und gar nicht in Ordnung. Ach, komm, AFK-Boy. Weißt du, hier war noch niemand, um den zu killen. Oh Gott, der hat gerade das Messer gezogen. Sag mal, werden die Deathmatches auch unterteilt in Ranks? Ne, oder? Oder doch. Eben wurde übrigens der AFKler gekillt, ne? Wir scheinen auch nicht viele... Viele Mitspieler zu haben. Oh, oh mein Gott. Das Gelegge ist heftig. Stopp. Warte, warte, warte. Hopp. Benutzt den Scout weiterhin. Das ist... Das stimmt hier überhaupt nicht. Ich spiele doch hier gerade mit Bots. Kein Plan, wie lange ich schon alive bin. Ja, der einzige Hacker, der in-game ist, bin ich. Den anderen schon die Pings hochdrehen, weißt du? Gretel macht das gerade. Gretel hat eine neue Masche. Er löscht die Leute nicht mehr. Sondern er dreht ihnen die Pings hoch. Oh Gott. Oh mein Gerhard. Hallo. Na, 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 na. Yeah, jetzt kann ich mich wieder heilen. Oh nein, geh weg. Ja, also... Muss ich sagen. Kein Hacker. Also, ich hab zumindest Kai mitbekommen. Falls jetzt hier doch einer dabei war, der so ein bisschen Ultra-Legend reingehackt hat und sechs Kills gemacht hat nach fünf Minuten, dann kann das natürlich sein. Das hab ich ja nicht gesehen. Ach Gott, immerhin gab's ein Grafhutelsche, Leute. Ach, schä, oder? Übrigens gibt es... Warte, ist das heute oder morgen? Was ist... Wann wird das Video kommen? Freitags. Falls das Video schon zum Donnerstag fertig werden würde, kann ich euch sagen, dass es unter anderem diese Atomic Alloy hier im Giveaway gibt und noch ein paar andere Sachen, also im Livestream. Und wenn es Freitag wird, da gibt es unter anderem diesen hier und noch andere Dinge im Livestream-Giveaway. Die Quintessenz des Videos ist, dass wir... Ja, naja, wir hatten halt wieder keine Hacker. Wir haben festgestellt, dass die Skill-Differenz extrem hoch sein kann bei diesen Einrankungs-Matches. Das letzte hatte Lems mit dabei. Also, da haben wir mit und gegen Lems gespielt. Und dieses Spiel gerade eben, also das Matchmaking, hat wirklich wie ein Silvergame gewirkt. Also zumindest von der Gegnerseite aus. Ich konnte mir die Ränge auch nicht anschauen, das war sofort weg. Also, ich denke, dass die Gegner Silber waren. Ach ja, und bevor ich es vergesse, die ganzen Skin-Gewinner der letzten vier Folgen, die schön aktiv geschrieben haben, also von Teil 7, 8, 9 und 10 sind es dann die einzelnen Gewinner. Mr. Schlitzohr, TV Britannia, Xori mit X und Unknown Poly. Ihr vier habt jeweils in 7, 8, 9 und 10, also jeweils einer, diese Aktivitäts-Giveaway-Geschichte gewonnen. Sorry, hatte ich fett verhuddelt, aber jetzt wisst ihr ja Bescheid. Bitte hier unter dem Video kommentieren, ich habe mitbekommen, dass ich gewonnen habe. Dann bis gleich im Livestream, 18 Uhr oder falls Freitag ist, 22 Uhr. Aber Stopp, habe ich nicht was vergessen? Ja. Und zwar gibt es noch einen ganz lieben Gruß an meine Patreons und Kanalmitglieder. Wir fangen wieder mit den Patreons an. Vielen Dank und Hallöchen an SirDrop, Danana, Badwolf, Mr. Adrian, Seppel, G-Force und Miners Win. Und die Kanalmitglieder, Christoph F., Chaos, Demont und Angrab. Vielen Dank, edel, dass ich euch habe. Ihr seid wirklich großzügig. Da ist ein Kuss. Müsst ihr euch teilen. Sorry.